Moin! Willkommen am Bahnhof in Bargteheide. Dieser Ort liegt in Schleswig-Holstein, etwa auf halbem Weg zwischen Hamburg und Lübeck. Wir sehen von der Brücke des Tremsbüttelderwegs auf die Gleisanlagen. Im Jahr 2021 gibt es hier drei Gleise, die beiden durchgehenden Streckengleise und links ein Überholgleis, das meist von den Zügen der Regionalbahn RB 81 benutzt wird. Stündlich fahren diese Züge zwischen Hamburg und Bad Oldesloe, dazwischen gibt es weitere Züge, die in Bargteheide wenden. Kinder, das ist noch ein Ding! Drei! Kinder, dass der Zug wird! Drei! Number 3, Drei! Drei! Auf der anderen Seite der Brücke führen die Gleise in Richtung Lübeck. Noch sind hier häufig Loks der Baureihe 112 zu beobachten, meist an den Regionalbahnen, manchmal auch an den Regionalexpresszügen der Linien RE 8 und RE 80. Loks der Baureihe 11. Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Bahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3 gelangt man über einen beschrankten Fußgängerüberweg. Hier fährt gerade ein RE in Richtung Lübeck. Jetzt stehen wir am südlichen Ende des Bahnsteigs an Gleis 1, dort wo die Gleise von und nach Hamburg führen. Eine Regionalbahn, die hier endet, fährt nach Gleis 3 ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz darauf hält die Regionalbahn nach Hamburg in Gleis 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Schildes Tirt en Vorbeifahrten. Die AE-Züge und auch die auf der Strecke verkehrenden Intercities und ICEs fahren hier an Gleis 1 und 2 durch. Ebenso Güterzüge. Untertitelung des ZDF, 2020 Als nächstes kommt die RB 81 von Hamburg nach Bad Oldesloe an. Nach der Einfahrt des Zuges öffnen sich die Schranken und Fahrgäste können den Mittelbahnsteig betreten und verlassen. Auch die RB nach Hamburg fährt nun ab und kann sich hinter dem Bahnhof in das rechte Streckengleis einfädeln. Die Räume nach Hamburg fährt nun ab und kann sich hinter dem Bahnhof in das rechte Streckengleis. Die Räume nach Hamburg fährt nun ab und kann sich hinter dem Bahnhof in das rechte Streckengleis. Das Empfangsgebäude des Bahnhofs stammt aus der Zeit der Lübeck-Büchner Eisenbahn, der LBE. Dieser Gesellschaft gehörte früher auch die Strecke Hamburg-Lübeck. Der Baustil ist typisch für diese Strecke. An dieser Stelle gibt es einen Fußgängertunnel, der unter den Bahngleisen hindurch führt. Er bietet allerdings keinen Zugang zu dem Zwischenbahnsteig. Von der anderen Seite haben wir einen schönen Blick zu dem gepflegten Stellwerk BW, das nicht mehr von der Bahn genutzt wird. Damit sag ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 New Zealand die